wenn du mit einem potenziellen Kunden in Kontakt kommst. Das heißt, wenn du dann mal so ein Erstgespräch mit einem Kunden hast und vor allem Dingen, wenn du den jetzt mal qualifizierst, das heißt, dass du mal herausfindest und ich empfehle dir auf drei Punkte zu achten beim Qualifizieren. Erstens, kannst du dir vorstellen, mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Das heißt, passt das persönlich. Zweitens, kannst du dem Kunden Ergebnisse liefern, die er gerne hätte. Und drittens, hat der Budget. Und wenn der zum Beispiel das Budget nicht hat, wie schon mal auch in den anderen Videos erklärt, dann solltest du das Gespräch eigentlich direkt beenden. Das heißt, man fragt natürlich dann nochmal nach, hey, ist es dir nicht mehr wert oder glaubst du einfach nicht, dass man dadurch die Ergebnisse erzielen kann? Da gibt es noch sehr, sehr viele Fragen, die man stellen kann, um wirklich bei deinem Gegenüber ein Gefühl davon zu überzeugen, dass du ein Experte bist. Und diese Fragen stellst du dann erstmal, um wirklich herauszufinden, ob die Person Geld hat. Und dafür ist dieses erste Gespräch da. Um wirklich mal, das kann 10 bis 15 Minuten dauern. Und da prüfst du diese drei Dinge, die ich gerade eben gesagt habe. Und häufig ist es so, dass dein Gegenüber dann sowas sagt wie, ja, aber erzähl du doch erstmal, ja, und was bekomme ich? Und ich hätte jetzt gerne mal ein Angebot. Das heißt, der Kunde will eigentlich immer sehr, sehr viele Dinge von dir haben. Und hier musst du verstehen, dass dein Kunde etwas von dir will. Nicht andersherum. Natürlich möchtest du das deinem Kunden verkaufen, aber eigentlich willst du von deinem Kunden nichts. Eigentlich willst du nichts. Ich erkläre dir das nochmal ein bisschen extremer. Und ich sage dir das jetzt etwas, das ist nur plakativ, das hat absolut nichts mit dem Ego zu tun. Ich sage dir das jetzt nicht, um dich zu beeindrucken. So, wir machen zum Beispiel mit meinem Unternehmen, Osters Consulting, jedes Jahr Millionen Umsätze. Und wenn jetzt jemand zu uns in ein Verkaufsgespräch kommt und ich merke, der ist nicht wirklich bereit, meine Fragen zu beantworten. Der hört uns irgendwie nicht richtig zu. Und der will die ganze Zeit etwas von uns, obwohl der sich eigentlich mal nach unserem Prozess richten sollte, weil der mal zuhören sollte, weil der möchte ja etwas von uns. Dann sagen wir sowas wie, hey, beantworte uns bitte mal die Fragen. Die sind wichtig. Denn basierend auf den Fragen können wir dir dann ganz genau sagen, welche Strategien für dich die richtige sind. Und wenn diese Person dann trotzdem sagt, ja, aber sag mir doch jetzt mal, wie ist das Training aufgebaut und was kostet das und bla und bla und bla. Dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, dass wir sagen, hey, sei mir nicht böse, aber wenn du nicht bereit bist, mal wirklich die Fragen zu beantworten, die für uns wichtig sind, um dir wirklich dann helfen zu können, dann zeigt uns das jetzt schon, dass du ja gar nicht auf uns hörst, dass du uns gar nicht vertraust, dass du gar nicht bereit bist, unsere Hilfe anzunehmen. Und dann sagen wir der Person auch mal, hey, wir möchten nichts von dir gerade. Das heißt, wenn ich dir das jetzt verkaufe für 5.000 Euro oder was auch immer, dann wird sich in meinem Leben nichts ändern. Ob ich jetzt 5 Millionen mache oder 5 Millionen und 5.000 macht, kein Unterschied. Und das hat nichts mit Ego oder so zu tun, das ist nur die Wahrheit. Und wenn mein Gegenüber das dann nicht versteht und trotzdem sich nicht nach mir richtet, obwohl er was von mir möchte, dann ist das zum Beispiel ein Punkt in der Qualifikation, dass wir sagen, hey, dann passt das gerade gar nicht. Du bist gar nicht bereit, uns mal richtig zuzuhören. Du bringst uns gar nicht den entsprechenden Respekt gegenüber, den du gerne hättest, den gibst du uns gar nicht. Und das sind zum Beispiel Dinge, die sind super, super wichtig in so einem Erstgespräch, die du deinem Gegenüber einfach mal klar machst, dass du verstehst, eigentlich willst du gar nichts von dem, sondern dein Gegenüber, der potenzielle Kunde, der möchte ja etwas von dir. Und das musst du deinem Gegenüber mal wirklich klar machen, dass er dir gewisse Fragen beantworten muss, weil ansonsten kannst du ihm gar nicht helfen. Das kann ja nicht ein Kunde zu dir kommen und sagen, ja, ich will ein Fotoshooting haben, was kostet das bei dir? Ja, das kannst du ja gar nicht beantworten. Du musst ja mal wissen, wie lange dauert das? Was für Vorstellungen hat der? Was für Ziele hat der? Ja, für wen ist das? Wie viele Personen sind involviert? An welchem Ort? Wie viele Drehtage? Da sind ja so viele Fragen, die da mit einherkommen. Und diese Fragen musst dein Gegenüber, dein potenzieller Kunde, dir erstmal beantworten. Und die Fragen, die ich dir gerade gestellt habe, waren jetzt sehr, sehr schon auf deine Dienstleistung bezogen. Was wichtig ist in so einem Erstgespräch, dass man mal Fragen stellt, nicht nur auf die Dienstleistung bezogen, sondern vor allen Dingen viel, viel mehr auf das Ergebnis. Das heißt, du möchtest Informationen sammeln, was diese Person wirklich haben möchte, was für Ergebnisse die haben möchte, warum möchte sie das Fotoshooting machen. Und diese Informationen kannst du dann später vor allen Dingen sehr, sehr stark dafür nutzen, um das deinem Gegenüber stärker zu verkaufen. Und das sind sehr, sehr wichtige Dinge. Das heißt, erstmal inhaltlich ein paar Punkte natürlich kannst du dem helfen. Dann, welche Ergebnisse möchte der haben. Und dann Thema Budget. Und wenn dein Gegenüber, dir noch nicht mal bereit ist, die Frage zu beantworten, wie viel Geld er bereit ist zu investieren, für ein gewisses Ergebnis, dann vertraut dir der eh nicht wirklich. Und wenn er zum Beispiel sagt, hey, wenn du selber noch keine genaue Zahl einschätzen kannst, was das jetzt ungefähr kostet, oder was du mal brauchst, was du erwartest von deinem Kunden, dann kannst du einfach mal eine Range nennen, dass du sagst, hey, in diesem Bereich, rein von meiner Erfahrung, kostet es ungefähr. Das heißt, das ist ganz wichtig bei so einem Erstgespräch, so würde ich das mal aufbauen. Natürlich haben unsere Kunden ganz genaue Leitfäden, wie die so ein Gespräch führen, welche exakten Fragen die stellen, um wirklich auch als sehr, sehr starker Experte wahrgenommen zu werden, um sehr confident auch zu wirken, um genau die wichtigen Informationen auch zu erhalten, die notwendig sind, um dann im nächsten Schritt in ein Verkaufsgespräch zu gehen.